Hallöchen, ihr war Nausen, da draußen, damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Mod-Tutorial. Und zwar geht es heute um Thermal Expansion. Und zwar geht es um die Maschinen von Thermal Expansion, sowie die Dynamos und so weiter. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Als erstes möchte ich euch den Unterschied zwischen den einzelnen Maschinen erklären. Und zwar gibt es ja bei Thermal Expansion Basic Machines, Hardenet Machines und es gibt Basic, Hardenet, Reinforced und Resonant. So, es gibt vier Stufen also. Und zwar Basic ist natürlich die erste Version, die einfachste Version. Und zwar hat das eigentlich nur den Unterschied, dass man, wenn man oben rechts auf Augmentation drückt, hier einen Unterschied sieht. Hardenet hat einen Slot mehr, Reinforced hat zwei Slots mehr, Resonant hat drei Slots mehr. Das ist ein kleiner Unterschied, denn, wenn man jetzt mal guckt, ich habe jetzt mal den Redstone Furnace benutzt dafür. Und einmal den Basic und einmal den Resonant mit drei Speed Upgrades, also Speed Augments. Man muss immer, bei den Augments, muss ich noch vorher sagen, ganz wichtig, man muss immer das vorige Level von den Augments drin haben. Wenn man also Level 3 haben will, muss man Level 2 erst haben. Für Level 2 muss man Level 1 erst haben. Das ist wichtig. Aber, wenn man jetzt mal guckt, das Ding ist auf jeden Fall bedeutend schneller als der Basic Redstone Furnace, wie man sieht. Benutzt aber auch, mal eben, 150% mehr Energie. Das heißt, 400 EF pro Tick benutzt der, der nur 20. Ist natürlich eine Menge, wenn man mal überlegt. Ist das 20-fache tatsächlich von Energie, die er braucht. Aber für die Schnelligkeit ist das eigentlich relativ okay. Augments gibt es natürlich mehrere. Ich zeige euch erst mal die Augments, die es gibt. Denn es gibt die Standard Augments wie Servo. Das ist für, dass man automatisch Sachen rauspumpen kann aus Maschinen. Dann gibt es den Hopper, der ist genau umgekehrt, für automatisches Input, also für Items reinzupacken oder Fluids, whatever. Dann gibt es noch hier dieses Modena Framework. Das ist dafür da, dass man hier unten die Seiten konfigurieren kann. Die Seitenkonfiguration ist auch relativ simpel. Man guckt immer auf die Maschine. Hier, das ist die Frontseite. Dann links, rechts, oben, unten und hinten. Wichtig ist immer, wenn ihr draufklickt, mit dem linken Mausknopf, seht ihr immer eine Farbe, ist blau. Blau ist dieses Fenster. Das ist jetzt zum Beispiel Input. Dann gibt es noch Orange. Orange ist zum Beispiel Output. Das ist dieser hier. Man sieht immer dann die Farben sich wechseln. Und das gibt es bei vielen Maschinen. Pulverweiser. Genau dasselbe. Da gibt es, wenn man Shift-Links-Klick auf die Mitte macht, sind alle weg. Da gibt es blau als Input. Rot als erster Output. Gelb als zweiter Output. Da hat er zwei Chancen. Dann gibt es hier dieses Orange. Das ist beides. Und dann gibt es natürlich Disabled. Und das war es. Aber, das, wie gesagt, die Augments gibt es natürlich dann noch weiter. Dann gibt es hier noch Redstone, Integrated Redstone Circuit. Das ist für die Redstone-Signal. Man kann es hier einstellen aus Low und High. Dann gibt es noch hier den Transmission Coil. Das ist für den Dynamo. Das ist für die, damit man die Seiten benutzen kann. Da steht es auch in Searching and Extraction through the Coil. Das heißt rein und raus. Dann gibt es hier noch einen Field-Limiter. Das ist Minimum-Output. Warum auch immer 0 AF. Ich weiß nicht, warum. Aber der braucht zum Beispiel das Redstone-Ding vorher. Da steht es auch drunter. Requires Redstone Control. Dann gibt es die für die Maschinen. Dynamos für Fuel Efficiency. Secondary Gearbox. Die heißen aber auch anders dann hier teilweise. Flux Linkage Optimation. Q-Coil Regulator. Das geht bis 85% Fuel Efficiency hoch. Das heißt, er braucht 85% weniger Fuel, um Strom zu produzieren. Lava Dynamo zum Beispiel. Oder Kohle. Steam Dynamo und so weiter. Dann gibt es hier noch die Transmission Coils. auch Q-Coil Flux Amplifier. Das ist mehr Energie produzieren. Zum Beispiel 8-Fach. Der benutzt aber auch 8 mal so viel Fuel. Steht da drunter. Fuel Consumed. Und minus 30% Base Fuel Energy. Das heißt, er macht minus 30% von dem. Lava hat jetzt einen bestimmten Wert. Macht zum Beispiel pro Eimer so und so viel RF. Pro Tick. Und der ist nochmal die minus 30% davon. Deswegen weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber gibt es auch. Dann gibt es noch Secondary Sieve. Das ist für Pulverizer. Dann gibt es hier noch Gyro Servo Feedback. Das ist der höchste davon. Secondary Output. Ist für Pulverizer für die Secondary Chance. Das heißt, das hier. Die meisten Erze, die haben einen zweiten Output beim Pulverizer. Gut, Eisen jetzt mal nicht. Gold auch nicht. Achso, das ist auch Dense. Ne, warte mal. Ja, sehr. Ich will kein Dense. Verarschen. Normales Ohr. Gold Ohr. Mal gucken, was anders. Gucken wir hier rein. Da kann man es nämlich auch sehen. So. Gucken wir mal. Wo bleiben denn die normalen Ohrs? Da kommen die normalen Ohrs. Auch nicht. Das ist auch Dense. Da waren Secondary zum Beispiel. Blaze Worts. Normale Ohrs vielleicht irgendwo. Ja, nein. Da war normale. Auch nicht. Auch Dense. Verarschen. Ferris Ohr zum Beispiel. So, hat zum Beispiel das Shiny als Secondary. Lead Ohr oder Lead Ohr hat Silver als Secondary. Das wird dann hochgeboostet dadurch. Wir können jetzt einfach mal, ich nehme uns jetzt einfach mal, äh, nehmen wir uns mal Gold. Ich glaube Gold hat Copper. Oder Copper hat Gold. Also mein, dauert jetzt natürlich ewig, da ich hier nur die Dings Augmentations dran habe. Aber, okay, hat er jetzt überhaupt eins? Hat er keinen? Ich weiß es nicht. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube Gold hat keinen. Äh, dann nehmen wir halt, nehmen wir Ferris. Ferris ist eigentlich das, eins der wichtigsten, warum man sowas auch macht. Also, das ist, ups, ups, Ferris, warum ich das machen würde, ist eigentlich relativ simpel mit Ferris. Ferris ist halt, weil Shiny rauskommt. Shiny ist wichtig für, ähm, zum Beispiel wäre so ein Ender, ähm, für eine Enderium meine ich. Und wir haben jetzt eine Chance von, ich glaube, 18% oder 90%, dass ein zweites rauskommt, also ein Shiny und fertig. Und. Sorry, ich musste damit kurz drangehen. Ähm, so. Zweiter, wie gesagt, zweiter Output ist Shiny bei Ferris, ist wichtig für Enderium zum Beispiel. Sollte man sich auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Man kann die Dinge auch natürlich, ähm, kombinieren. Dann könnte man theoretisch nur ein Level 2 Upgrade hier rein machen für Secondary Shands und ein Speed Upgrade. Damit das ein bisschen schneller läuft, aber dann geht natürlich auch die Shands runter. So, wir machen einfach mal. So, jetzt ist der ein bisschen schneller. Aber dann geht natürlich die Secondary Shands auf 33% runter. Muss man immer bedenken, ob man es macht oder nicht. Wie gesagt, Speed ist für alle Maschinen. So, ich glaube jedenfalls alle Maschinen soweit. Dann gibt es noch den Nullifier, dass man einen zweiten Slot hat dafür. Dann gibt es einen, die ist auch richtig cool, Redstone Furnace. Ähm, Tree Vection Chamber. Da macht man Redstone Furnace im Prinzip nur noch als Essen. Der Brater, was auch immer. Der kann nur Essen brutzeln. Fleisch, Kartoffeln, whatever. Macht aber, braucht aber nur noch 50% Energie davon. Und ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kuhfarm hat, whatever. Ne, Potato Farm. Kann man den natürlich benutzen. Der ist auch richtig cool. Den sehen wir auch gleich noch. Der English Extruder, die Dinger. Die sehen wir gleich noch. Der ist nicht von Dingens. Aber wir gehen erstmal weiter. Wir kommen zu der Sawmill. Sawmill ist die nächste Maschine. Sawmill macht aus Loks, also aus Baumstämmen, Holz. Und zwar mehr. Man kriegt vier aus, ähm, einem Baumstamm normalerweise raus. Hier kriegt man sechs. Plus Sawdust. Sawdust ist gar nicht mehr so schlecht. Daraus kann man erstmal Papier machen. Aus vier Stück. Und einem Wassereimer. Ein Papier. Man kann auch Compress Sawdust machen. Compress Sawdust kann man zu Charcoal machen. Also heißt im Prinzip aus einem Baumstamm kriegt man mehr Holz. Kriegt auch die Möglichkeit, natürlich aus acht Baumstämmen eine Holzkohle zu machen. Ist natürlich nicht so, so geil. Weil aus einem Baumstamm kriegt man natürlich eine Holzkohle, wenn man will. Aber man kriegt halt sechs Planken raus. Was natürlich cool ist. Und das war im Prinzip schon die Sawmill. Viel mehr kann die nicht. Die kann natürlich aus allem Möglichen Holz machen. Die kann auch, wenn man jetzt mehr zu viele Türen hat, kann man die wieder zurück sägen. Man kann aus Holzwerkzeug, kann man das Holz wieder rausholen. Ähm, aus Zäunen. Also alles eigentlich, was aus Holz gebaut wird, kann man wieder zurück craften mit der Sawmill. So, das ist die Maschine. Mehr kann die eigentlich nicht. Kommen wir zum Induction Smelter. Induction Smelter ist auch eine coole Maschine, denn der Induction Smelter macht Legierungen. Und zwar zum Beispiel Inva. Inva, habe ich vorhin schon mal lustigerweise aufgenommen, aber vergessen den Ton anzumachen. Inva wird aus zwei Eisen, einen Nickel gemacht. Oder Nickel, Ferris. Ich weiß ja nicht, ob es noch einen Namen dafür gibt. Auf jeden Fall wird aus zwei Eisen, einen Nickel, drei Inva Ingels gemacht. Ähm, der Induction Smelter kann aber auch natürlich noch mehr. Der kann Elektrum machen, aus Gold und Silber zum Beispiel, Bronze aus Kupfer und Zinn, ähm, und so weiter. Der kann aber auch aus Rich Slag, auch Erze verdreifachen. Ähm, weiß nicht, ob man es braucht. Auch, aber Rich Slag kriegt man meistens, also einfachste Variante ist Sand und Nether Ores. Ähm, es geht aber auch anders. Es geht natürlich auch durch diesen Pyrosium Dust oder Cinnabar und Shiny Ores zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel Pyrosium Dust mit Shiny, gibt es zwei Shiny Ingels und einen Rich Slag zu 15%. Hier ist es mit Gold, da gibt es zu 60% sogar. Und wie gesagt, Rich Slag kann auch Erze verdoppeln, schrägstrich verdreifachen. Kann man machen, wie man will. Äh, Rich Slag habe ich noch nie benutzt. Ehrlich gesagt, weil mir das zu umständlich ist, weil man kriegt halt nicht immer Rich Slag raus. Ähm, Cinnabar kriegt man. Dann aus Redstone Ore, also heißt Silk Touch, Redstone Ore, das in Pulvervisor rein, ähm, gibt Cinnabar als zweite Chance. Also Secondary Chance da. Und das war es im Prinzip. Der Induction Filter ist aber hauptsächlich, finde ich, meiner Meinung, für Legierungen da. Ähm, dafür ist er meiner Meinung nach eher da. Also der kann, wie gesagt, der kann hier, da sieht man es, Bronze machen aus Zinn und Bronze, äh, Zinn und Kupfer macht Bronze. Der kann hier Advanced Pressure Valve für einen anderen Mod noch machen. Der kann Hardenet Glas machen aus Obsidian Dust und Lead oder Lead. Da ist zum Beispiel Inva Dust, Inva Dust braucht keiner. Also man kann, wie gesagt, alle Legierungen machen, die zwei Komponenten brauchen. Kann man daraus machen, Elektrum hier, Gold und Silber. Und all so eine Geschichte. Da ist Harden Lumium Glas zum Beispiel mit Lumium Ingets, ähm, Lumium Ingets werden mit, mit dem Dust hier gemacht. Das weiß ich auch. Da weiß man auch alles, ähm, Lumium, Signalum und so weiter. Die werden mit dem Dust gemacht und so weiter und so fort. Wie gesagt, Induction Smelter ist im Prinzip ein Legierungs, eine Legierungsschmelze, so heißt der glaube ich sogar, auf Deutsch. Obwohl, das weiß ich, ne, Induction Smelter, Induktionsschmelze heißt der eigentlich. Aber wie gesagt, der ist eigentlich, also ich benutze den eigentlich nur für die Legierung machen, für Harden in Glas machen und so weiter und so fort. Ist er eigentlich richtig cool. Kommen wir zur nächsten Maschine. Zu zwei am besten direkt. Zum Beispiel, äh, zum Magma Crucible und Fluid Transposer. Magma Crucible, Fluid Transposer. Der Magma Crucible macht gewisse Sachen klein. Ähm, oder schmilzt sie. Alle möglichen Sachen schmilzt der. Redstone, Enderperlen, alle möglichen Metalle. Eigentlich alles, was man schmelzen kann, schmilzt der auch. Also auch Obsidian und so weiter und so fort. Zum Beispiel jetzt, zum Beispiel Redstone. Ich will jetzt zum Beispiel hier die Redstone Energy Flux Ducts, die man füllen muss. Die, so baut man die. Natürlich. Achso, ich zeige euch auch gleich noch, wie die Maschinen alle gebaut werden. Natürlich. Ähm, die muss man füllen. Man kann erstmal Resonant Flux Ducts nehmen. Bauen. Daraus kann man natürlich. Und dann kann man die füllen. 200 Millibuckets für einen. Das ist, wie gesagt, das ist die Energieleitung von Thermal Dynamics. Steht da unten auch. 8.011 pro Tick, bla bla bla. 200 Millibuckets sind zwei Redstone. Ein Redstone ist 100 Millibucket. Zwei sind 200 natürlich. Ähm, dann gibt's noch Enderperlen. Die sind 250 zum Beispiel. Und jetzt habt ihr gerade gesehen. Relativ easy. Da reingelegt hier oben. Dann werden die gefüllt mit dem Redstone, der dann im Fluid Transposer ist und fertig. Mann, was man noch machen kann, ist, ähm, auch andersrum. Wenn man zum Beispiel eine Dimension mit EF-Tools erstellt, wo zum Beispiel Seen sind aus Resonant Ender. Resonant Ender ist die flüssige Form von Enderperlen. Zum Beispiel. Dann kann man natürlich hingehen, kann man im Fluid Transposer auch sagen, wenn man hier auf den Eimer drückt, dass man das Ding leeren möchte. So. Ich leere jetzt zum Beispiel den Eimer. So, ich habe jetzt hier ein 1000 Millibucket Version Ender drin. Was natürlich ein Eimer bedeutet. So, ich drehe das wieder um. Fülle den Eimer wieder. Verdiehe es in die Kiste. Ganz einfach in die Kiste. Und wie gesagt, wenn man EF-Tools die ganzen Sachen findet, also wenn man zum Beispiel, wie gesagt, Seen macht aus Versonant Ender. Kann man nehmen, kann man auch benutzen dann. Und das war es im Prinzip. Die Maschinen sind relativ wichtig. Manga Crucible Fluid Transposer, die braucht man relativ oft. Die braucht man, wie gesagt, einmal für die, auch für diese Kabel hier. Diese Cryostabilized Flux Duct braucht man die. Die werden ja mit diesem Gelid Cryosteum gemacht. Da werden die gefüllt mit. Dann braucht man die für Blitzpowder zum Beispiel machen. Einen Schneeball und zwei Redstone ist ein Blitzpowder. Die braucht man ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt keine Quelle hat, für Blitzworts oder so. Und wie gesagt, damit kann man richtig viel machen. Da kann man auch, wie gesagt, Sachen füllen mit. Die braucht man zum Beispiel auch für diese Lumium-Dinger da. Die gefüllten und all so die Geschichten. Die braucht man des Öfteren, diese Maschinen. Also da könnte auf jeden Fall sicher sein, die braucht man. Ich zeige euch aber mal kurz, wie ein paar Sachen gebaut werden. Ich nehme zum Beispiel den Redstone Furnace. Der wird relativ easy gebaut mit Machine Frame, Machine Frame. Der normale Basic Machine Frame wird aus dem Tingear 4 Glas und 4 Eisen gebaut. Eigentlich immer. Dann zweimal Bricks, also 8 Clay, 1 Redstone. 2 Copper Gears, die auch eigentlich immer gleich gebaut werden. Die Gears, Eisen, Kupfer rum. Tingear ist genau dasselbe, nur mit Tin. Und dann braucht ihr noch die Redstone Reception Coils mit 2 Redstone, 1 Gold. Relativ billig, die Maschinen. Pulverweiser im Prinzip fast dasselbe. Piston, 2 Flints, 2 Kupfergears, wieder die Reception Coil. Und ein Frame, die Sawmill mit einer Iron X, 2 Planks, Kupfergears, wie immer. Redstone Reception Coil, Machine Frame, Induction Swelter, der ist ein bisschen teurer. Da muss man auch ein bisschen was vorher machen. Weil man braucht dafür nämlich Inva-Ingots. Da muss man die Inva-Ingots natürlich irgendwie mit den mit den Dusts am besten machen. 2 Eisenpulver und 1 Ferrispulver. Da gibt 3 Blends, die kannst du dann im Ofen schmelzen zu den Ingots und fertig. Da brauchen wir nämlich auch Inva-Gears. Die werden mit 4 Inva und einem Eisen gemacht. Der Frame wird da Reception Coil und ein Eimer. Induction Swelter, fertig. Dann haben wir noch den der ist immer noch nicht gewesen. Der auch noch nicht. Den Magma Crucible, der ist ein bisschen teurer. Der braucht zum Beispiel eine Ledstone Energy Cell Frame. Da braucht man Led und ein Block of Redstone und Glas. Nether Bricks. Nether Bricks. Aus dem Nether natürlich. Entweder gebratenes Nether Rack hier. 4 Stück. Gibt halt Nether Brick. Also heißt 8 Stück. Dann braucht er noch Inva-Gears und wieder eine Redstone Reception Coil. Ist nicht ganz so billig. Der Fluid-Turns-Moser ist dagegen wieder billig. Der braucht Glas, ein Bucket, mit Frame, Kupfer-Gear und wieder eine Reception Coil. Und das war's. Billig sind die eigentlich relativ schon. In der Basic-Variante. Ich zeige euch mal im kurz wie. Komm, jetzt machen wir Resonant. Dann gucken wir uns und klicken wir uns da mal durch. Da ist Resonant. Wenn man jetzt mal guckt, Resonant braucht zum Beispiel Silber und ein Enderium-Gears. Das heißt, man braucht 4 Enderium dafür, um den Resonant-Frame zu machen. Man braucht aber immer den davorigen. Das heißt, man braucht erstmal den Reinforcer. Da braucht man Signalum-Gears für. Signalum wird auch durch Pulver gemacht. Hier. Durch 2 Copper, 3 Copper, 1 Silber, Dust und ein Redstone-Bucket. Das heißt, ein 10 Redstone. Und man kann auch Upgrades machen. Natürlich. Man kann die auch upgraden. da Upgrade-Crafting. Da braucht man zum Beispiel den Basic. Dann nimmt man hier Elektrum, Inva, dann hat man den Hardenet. Oder hier Reinforced, die Sachen. Oder halt direkt Resonant. Man braucht aber immer die vorige Maschine dafür. Ganz wichtig zu wissen, man braucht Basic zum Hardenet. Man braucht Hardenet für Reinforced. Man braucht Reinforced für Resonant. Man muss immer die vorige Stufe erst machen. Ganz wichtig. So, kommen wir zur nächsten Maschine. Der Glacial Präzipitator. Kann das Wort immer noch nicht richtig aussprechen. Der braucht Wasser. Hier haben wir nämlich zwei Maschinen direkt im Einsatz. Jetzt zeigen wir erstmal das Wasser. Und zwar habe ich hier den Equius Accumulator. Der war früher mal richtig stark, dieses Teil. Der braucht keinen Strom. Der braucht eigentlich nur Wasser um sich rum. Die Frage ist, kann der eigentlich Speed benutzen? Ich glaube nicht, oder? Kann der Speed benutzen? Ich kann es mal ausprobieren. Ich glaube aber eher nicht. Ist auch egal. Der Equius Accumulator ist im Prinzip eine Maschine, der pumpt Wasser. Das ist eigentlich eine Wasserpumpe, der aber nur umringt werden muss von Wasser. Mehr ist es nicht. Mehr kann der nicht. Braucht aber kein Strom. Deswegen ist sie gar nicht mal so scheiße, die Maschine. So, damit habe ich dann den Glacial Precipitator gefüllt mit Wasser. Der braucht nämlich Wasser. Diese Maschine braucht Strom. Der macht aus Wasser Eis, Schnee, Schneeblöcke. Mehr macht er nicht. Mehr tut er nicht, der Junge. Dafür ist die Maschine da. Und das war es im Prinzip. Wenn einer Eis braucht, Schnee, whatever, ist die Maschine relativ wichtig. Ansonsten braucht man sie auch nicht. Wie gesagt, der macht einfach nur aus Wasser, Schnee, Eis und so weiter. Mehr ist es nicht. Kommen wir zum nächsten. Da kommen wir auch zu den nächsten Augments. Igneos Extruder. Igneos Extruder ist eine Maschine, die aus Lava und Wasser Steine macht. Cobblestone, Gebranntenstein oder halt Cleanstone, wie man nennt. Oder Obsidian. Obsidian verbraucht Lava. Stone und Cobblestone natürlich nicht. Ich habe jetzt Augments hier drin, nämlich diese für den Igneos Extruder, die bei Level 3 64 Cobblestone pro Operation machen. Also heißt, sobald der einmal durchgelaufen ist, macht er 64 Cobblestone. Was natürlich geil ist, wenn man ne Cobblestone Farm braucht für Deep Dark, für whatever man Cobblestone braucht. Obsidian natürlich auch. Wie gesagt, aber Obsidian braucht immer ein Eimer Lava. Das heißt, man braucht dann schon ne Lavaquelle. Ne Pumpe, Netherpumpe, wie immer man wie immer man Lava pumpen möchte. Ist ja auch egal. Das ist aber auch schon der Igneos Extruder. Viel mehr macht er nicht. Und das ist, ja, ist aber okay. Wenn man jetzt überlegt, wenn man wirklich Steine braucht, Cobblestone, whatever, ist der relativ cool. Weil der braucht, wer braucht halt nur Lava bei Obsidian, bei Steinen und so nicht. Das, das macht den relativ gut, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, Deep Dark machen möchte. Wenn man, ähm, überhaupt Cobblestone braucht wie irgendwas. Man braucht zum Beispiel Credruple, Bedrocky braucht man zum Beispiel, braucht Beispiel Cobblestone wie Sau. Dafür ist der relativ gut. So, kommen wir zum nächsten. Cyclic Assembler. Cyclic Assembler. Wenn es nicht das Spiel wieder abschmiert. Nein, tut es nicht. Alles klar. Cyclic Assembler ist eine Maschine, die im Prinzip mit Strom angetrieben wird und eine Auto-Workbench ist. Es ist eigentlich eine Auto-Workbench. Ähm, so. Hallo? Use, weil es nicht so. So, jetzt haben wir es wieder leer gemacht, damit ich euch das zeigen kann. Wir brauchen für den Cyclic Assembler eine Schematik. Schematik wird gebaut durch Papier und ein Lapis. Also relativ simpel. Schematik bedeutet im Prinzip ist nur ein Schema, ein Blueprint, wie auch immer. Man muss bei dem Cyclic Assembler machen wir alles so, so ist das Interface, man muss hier unten rechts aufdrücken auf Schematik. Da kann man das Rezept reinlegen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Stonebricks. Stonebricks, drücke auf den Haken, fertig. Und da haben wir jetzt Schematik, vier Stonebricks, äh, vier Stonebricks werden gebaut aus vier Steinen. Wir legen jetzt die Steine hier rein und dann hat er zwei und drei Stonebricks gebaut. Das ist eigentlich im Prinzip ein Auto-Craft. oder ein Auto-Workbench. Im Prinzip nur mit Strom. Leider. Leider ist sie mit Strom. Es gibt andere Varianten, die besser sind natürlich, die ohne Strom laufen. Deswegen, naja. Ob es gut ist oder nicht, bleibt einem selber zu überlassen. Die sind halt relativ schnell, die Dinger. Also die sind relativ schnell im Bauen. Aber ob es jetzt wichtig ist und man es braucht, ist eine andere Frage. Wir nehmen uns jetzt mal den Energetic Infuser zur Brust. Der Energetic Infuser ist eigentlich auch eine relativ simple Maschine. Der kann auch eigentlich nur ein Teil, nämlich Sachen aufladen. Mehr kann er nicht. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Flux Igniter. So, den legen wir rein und dann chargt der. Mehr ist es nicht. Das ist einfach nur eine Aufladestation im Prinzip, der Energetic Infuser. Da kann man alles mit laden. Da kann man Jetpags mit laden und so weiter und so fort. Und das war es im Prinzip. In der Zeit gucken wir uns jetzt mal die Rezepte von den anderen Maschinen an. Wir nehmen uns jetzt zum Beispiel den Aquarius Accumulator für Brust. Da ist er. Ein Bucket, zwei Glas, ein Frame, zwei Kupfergears, eine Servo, die aus einem Redstone zwei Eisen und zwei Glas gebaut wird. Relativ simpel, die Maschine ist nicht teuer, ist aber auch relativ gut. Der Glacial Precipitator. Der wird gebaut am Piston, Frame, zwei Inveringets, zwei Kupfergears und die Redstone Reception Coil wieder. Bei Terminal Expansion Maschinen kann man immer sehen, wenn eine Maschine Strom braucht, hat die immer diese Reception Coil drin. Die Redstone Reception Coil ist, wenn die Strom braucht und die Transmission Coil ist, wenn man Strom produziert und eine Servo ist dafür da, dass die keinen Strom braucht. So kann man eigentlich immer sehen, ob die Strom brauchen oder nicht. Der Ignorce Extruder braucht zum Beispiel auch keinen Strom, hat nämlich eine Servo drin. Zwei Kupfergears, eine Frame, zwei Glas und ein Piston auch relativ billig für das, was die kann, finde ich. Dann kommt Fluid Disposer und so weiter. Da haben wir schon Cyclic Assembler. Cyclic Assembler braucht eine Chest Frames, zwei Tin Gears, zwei Kupfergears und die Redstone Reception Coil, weil der braucht wieder Strom. Dann haben wir den Jetting Infuser, der ist ein bisschen teurer, der braucht wieder so einen Redstone Energy Cell Frame, der braucht zwei Transmission Coils, der braucht einen Maschinen Frame, der Reception Coil und zwei Kupfergears und wir gucken uns gleich mal den Flux Igniter an, denn der ist einfach nur ein Feuerzeug, was im Prinzip auf Entfernung Sachen anzünden kann. Relativ unspektakulär, aber naja, das ist halt der Igniter, der zündet Sachen auf Entfernung an. Tja, ob man es braucht, keine Ahnung. Ist relativ billig, der wird mit dem Flux Capacitor baut, Redstone, Sulphur, Lead, Kupfer, Eisen, Flint und nochmal Redstone, das war's, mehr Kampfer braucht er nicht. Der Chiller, weiß ich jetzt gar nicht, was der macht, Chills, Sings, keine Ahnung. Der Fluivec ist relativ cool, muss man sagen. Und der Flux Infuser ist auch relativ cool. Der Fluivec ist im Prinzip ein Werkzeug, durch was Flüssigkeiten aus dem Tank rauszieht oder aus irgendwas. Steht auch dabei, wer Englisch kann, pumps Fluids into and out of compatible Containers. Das heißt, man kann Fluids rausziehen, Flüssigkeiten und irgendwo reinmachen, wo sie rein können, natürlich. Der Fluivec ist dasselbe für Energie. Finde ich auch richtig cool. Kann Energie aus, wenn man zum Beispiel keine Kabel hat oder so, kann man jetzt sagen, hier, ich möchte jetzt hier ein bisschen Energie raus haben und hier den Cyclic Assembler, der keinen Strom gerade hat, ein bisschen auffüllen. Dafür ist das Ding da. Habe ich noch nie gebraucht, lustigerweise. Wer braucht auch sowas, weil meistens legt man ein Kabel, aber gut. Weiß man ja nie. Dieses Teil weiß ich tatsächlich nicht genau, was es macht. Dieser Phytogenik Insulator, den habe ich noch nie gebaut, tatsächlich. Der macht irgendwas mit Pflanzen. Ach, der ist das. Ich weiß, welcher das ist. Alles klar. Alles klar. Jetzt weiß ich, was das ist. Okay. Jetzt weiß ich, was das für ein Teil ist. Der macht nämlich, genau, der macht nämlich im Prinzip die Pflanzen reif, die Seeds. Also auch hier. Man braucht hier diese Phytogro oder halt der Dritsch. Kann man sehen, wie man will. Da braucht man Rich Slack für. Da braucht man normales Slack für. Das heißt, da braucht man den Indaktischen Smelter zum Beispiel für. Und dann mit entweder Sawdust und Salpeter oder Charcoal oder Coal Dust. Sogar nur Charcoal. Mit Salpeter und Slack gibt dann dieses Phytogro und daraus kann man die Seeds direkt wachsen lassen und dann sind die fertig. Wie man die sieht. Man hier ein Peanut Seed mit einem Rich Phytogro gibt drei Peanuts und den zieht natürlich wieder zurück. Punkt. Das kann man mit allen machen. Seed gibt selbst Agri-Craft Seed. Selbst wie ich gerade gesehen habe Richery Seeds. Ja, da sind die dicken Agri-Craft Seeds sogar. Nicht schlecht eigentlich, nicht schlecht. Da kann man sogar Kaktus verdoppeln. Nicht schlecht. Dieses Teil baut man wie folgt. Mit einem Lumium Gear. Okay, da braucht man ein Lumium in jetzt für. Alles klar, die sind schon ein bisschen schwieriger zu machen. Da braucht man hier dieses Energized Glowstone. Da, 1000 für ein Bucket. Und ja, da braucht man jetzt einen Glowstone oder 4 für einen Eimer. Geht eigentlich auch. Naja, da braucht man Dirt. Okay, ich habe jetzt gesagt, du brauchst nur Pozole. Dirt, Machine Frame, Kupfergear und wieder Reception Coil. Also auch nichts Wildes im Prinzip. So, da haben wir den auch. Dann haben wir eigentlich die wichtigen Maschinen schon alle durch. Also, weil da ist wichtigen Maschinen, die die Hauptmaschinen von Thermal Expansion. Dann kommen wir zu den, ja, ja, anderen Sachen. Zum Beispiel der Autonomous Activator. Der Autonomous Activator braucht Strom. Der macht im Prinzip folgendes. Der, wenn man dem jetzt ein Item gibt und hier jetzt zum Beispiel auf links klickt, stelle ich mir davor, würde ich theoretisch Schaden kriegen. Ja, weil der haut jetzt mit dem Schwert zu. Diese Maschine ist dafür da, dass man einen Klick des Spielers nachahmt mit einem Teil. Sei es zum Beispiel die Water Can, sei es die, keine Ahnung, hier Schwert, zum Beispiel Mobfarm und so weiter. Damit ahmt man den Klick des Spielers nach. Dann kann man noch Sneaken, zum Beispiel wenn man Sachen macht mit Shift Klick gewisse, ich weiß jetzt gar nicht was es ist, aber geht auch. Dann gibt es hier noch den Round Robin Randomly nur den ersten Slot benutzen. Round Robin heißt einfach einmal hier rum gehen, dann Aim Level, wo er hinschlagen soll, auf der Höhe, einen höher, einen drunter, das war's. Configuration gibt es natürlich auch, Items rein, Items raus, geht natürlich auch, alles. Und das war's im Prinzip, das ist der Autonomous Activator. Und ich würde sagen, jetzt erstmal einen Cut und dann würden wir in der zweiten Folge weiter den Rest noch machen. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, bis zum zweiten Teil des Mod-Totorials von Thermal Expansion. Tschüssingen.